Einen wundervollen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege, mit Dalukat, Meckmanus, Sachs und Early Boy, Rainbow Six. Hallo. Wie die Trevors spielen wir heute. Wer sieht denn hier aus als wenn er Spaß macht? Wo ist der Bombenmensch? Paladins haben wir noch gezockt an dem einen Abend, also jetzt ohne Aufnahme, haben wir noch 10 Spiele gewonnen. Da hab ich nur 10 mal den Bomb King gespielt, wir haben alle gewonnen. So ist die Nub-Klasse in dem Spiel, ja? Die Nub-Klasse ist einfach der beste Held, den sie gab. Und er hat eine mega Schwäche, der Bomb King. Wo? Das ist jetzt nicht so schade. Und die Nub-Klasse ist wohl eindeutig der Rogue, weil der killt ja jeden. Hm. Ich hab grad mein Handy in der Hand gehabt und hab's vibriert, dann hab ich mich erschrocken und mein Handy weggeworfen. Ja, die Technik ist auch noch nicht so brav, das kennt man noch nicht. Aber Innovationsgeräte muss man ja erstmal dran gewöhnen, sind immer creepy. Alles neu. Relativ neu. Ja. Aber auch explodierende Geräte sind relativ neu. Ja, ist das wirklich neu? Ein ganz neues Feature. Äh, die sind hier oben in diese Art Konferenz raus. Das ist jetzt auch glaub ich ein riesen Problem, weil du ja diese Bomben easier im Flugabend schmuggeln kannst. Die haben ja jetzt in dem Verkauf verboten. Ja, die ganze Tasche, iPads, no, hier, nein, sonst im Galaxy, no, whatever, wenn die so... Ja, und die schmeißt du dann überall auf dem Airport rum. Bich... Nenn die ist ja schon. Wart nur ab, ey, der Akku, ey, ist heiß. Also der Ruhkarton ist... Der Akku ist scharf. Weiter zum Bio-Gefahrgut. Keine Bombe dabei. Das war mein Handy. Da krieg ich auch nix für. Ich hab da mal so ne schöne Drohne reingesetzt. Hast du die Kamera jetzt, sagst du, oder? Ja, ja. Ich kann da reinlaufen. Einer wird geschockt. Gefoltert. Wart der Hell? Der war doch genau im Kopf. Wart der denn? Ja, ne, der hat noch 30 Sekunden. Du sagst, er hat einen zu Tode geschoppt. War der auch in der Kamera? Ne, da war ich auch noch öfter. Oh, lol. Den hab ich gar nicht gesehen. Der steht die ganze Zeit vor mir am Fenster und guckt raus. Lol. Da hab ich jemand kurz auf den Kopf geschossen. Da stand er. Bis, ich hab keine Munition mehr. Bock droht ne Leergenaule? Ja. Das ist hart. Ich lad schau, äh, ich lad ihn da noch. Die Twitch stimmt noch 60. Die Twitch ist so, äh, die, die Frost ist so aktuell. Rage quit. Kein Bock mehr. Und dann hier, bei uns ist einer, also bei mir ist einer irgendwo. Ach, ähnlich. Close, sogar. Nachladen! War der hier zu, oder hast du das zu schossen? Ne, ne, ne. Ich hab predicted. Hätt er sich ja gezeigt. Early war ja oben. Aber kannst ja, genau, die Claymore ist gut. Guck das mit, wenn ihr hochgeht. Warte nur noch. Damit wir drin sein. Yes. Wenn die markiert einfach Instantly steht. Hey! Bitch! Ach, weil Danos Zeichen genau dahinter war. Das war mein Schild, du. Hätt ich kein Schild, wär ich jetzt tot. Das wird gar nicht. Ich wundere mich noch. Na Leute, macht man das. Gehen rein. Halibon, ja. Ach, für alle drei, ihr werdet schon cool, ey. Deine Hofstar ist grad Tee am trinken. Und er such grad den Manager. Nee, der hatte Angst, weil ich da hinten die Wand aufgemacht hab. Ja. 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 Japaner, ey. Da bin ich echt gespannt, was das werden soll. Huckepack. Das wär einfach so geil. Die Idee ist, find ich so mega. Ich bin auch für Huckepack, ohne Witz. Huckepack? Ja, sag mal so halb so groß wie andere. Wenn sie wirklich so oben am Türrahmen so nen Kopf rumkommen. Ja. Mega geil. Echt. Das wären halt komplett neue taktische Möglichkeiten. Karate. Nahkampf entwaffnet. Ah, man. Wo steht er da? Ja. Die Verhörmethode hätte eigentlich auch zu den Japanern gepasst. Ja. Ich hätte hier für die Brasilianer Bolas, die dir einer an die Beine werfen kannst, dann fallen die um und sind kurz gestunnt und müssen sich befreien. Steinschleuder. Eck in den Stein. Ja. Pfeil und Bogen, aber so richtig. Zehn Sekunden noch. Warum gibt's hier keine Spraylogos? Die kann man doch auch noch verkaufen. Und durch Hotmail. Und die Gegner haben den Eurogefahrgutbehälter lokalisieren. Opferdrone. Wenn ich hier bist. Oh, hier ist's. Der Manager ist aber Alkoholiker. Hier sind irgendwie drei Weinflaschen unterm Schreibtisch. Ich lade nach. Wow, 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 wow. Double zu mir, double zu mir. Fuck! Nicht da hin. Ich weiß nicht, ob ich da links krabbeln. Komm rein, zwei Leute, komm rein. Über das Fenster. Schnell, 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 schnell. Pass auf, lass dich noch vorm Fenster. Ich bin hier dran. Waddam? Ich bin down! Woa? Wie roll! Nein! Ich bekomme ihn nicht schnell! Du musst da rein. Wachse vor links! Letzens off vom Fenster. Da, links, links! Kommt einer! Vorsicht! Ich bin nicht zu weit vor, rechts ist auch noch was. Hä? Sobald du's piepen hörst, nach links gucken. Da links piepst, wenn er kommt. Richtig. Er piept. Links! Nein. Hinterm Schild, Sniper. Ne, einer ist wieder raus auf jeden Fall. Hinterm Schild, Sniper sag ich dir. Ja. Ein Kapital ist wieder raus. Kapital könnte von hinten kommen. Wenn's piep, weiß er's ja. Jetzt geh hoch. Kein ab. Du musst. Die Dame kommt von links in die Mitte. Also der kleine Raum. Ja. Ja. Nochmal, wenn einer's. Rechts! 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 Guck nicht! Mach auf Zeit erstmal. Alter! 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 Ja, ja, lass ihn reinkommen. Du hörst er, wenn er reinkommt. Pass auf, da kann er durchbauen. Du hörst das. Seht ihr die Leiche auch so geil? Er hat sich links den Raum auch aufgemacht. Mit diesem kleinen extra Raum. Hm. Da ist er. Er geht in den kleinen extra Raum. Ja. Sitzt Valkyrie bei euch auch am Tisch. Oh, da. Flieg dich nach vorne links. Flieg links, links lang nach vorne. Geradeaus weiter. Auf geht's weiter. Ja. Er steht eigentlich komplett da rein in die Ecke. Können wir nach rechts gegangen sein. Er hört, wenn er den Raum betritt hört er das ja. Rechts. Und dann die Doppeltür gleich. Da steht die Rechts. Ja. Wenn du was hörst, die Doppeltür. Jetzt. Rechts! Rechts! Wow! Das war deine Chance. Du hast nur noch 19. 19 Schuss nur noch. Nein! Nein! Ich dachte, du sagst, er hat mich. Ja, sagst du dir nicht. Das war nicht immer eine starke Runde. Oh, nee. War drauf, ne? Er hat doch Schaden gemacht. Er hat doch Schaden gemacht. Und das so grad nicht gesehen. Schade, schade, schade. War ein krasser Klatsch gewesen. Ja, das spielt er. Ich hab zum ersten Mal mit einer Impact-Renade getötet. Oh. Hat bei euch die Leiche von Valkyrie auch am Tisch gesetzt? Ich mach da gleich aus der Aufnahme einen Screenshot draus. Ich muss euch das zeigen. Die hat richtig, als würde die am Tisch sitzen, nur ohne Stuhl. Auch die Hände, als würde sie grade was schreiben. Das sah voll geil aus. Die Runde war sehenswert. Ja, das wär schon krass gewesen. Hätten wir es geschafft. Hätte der Manus auch einen gehabt. Ja. Ja. Hätte der Sachse nicht so schön waren müssen. Ne. Also da, wo wir waren nicht. Wo sie denken. Doch, ich hör die hier. Also hier bei mir. Ich hab markiert, aber noch nicht gefunden, was wir suchen. Sehr schön. Weil die da überall liegen können. Kapital holt's nicht. Nein! Nie blöde Korb mir entdeckt. Am Anfang aufpassen, vielleicht schließen die auch raus. Sie hatten grade schon einen im Hauptraum. Ja. Also hier rechts in dem großen Raum war grad schon einer drin. Da hatte ich echt nur Glück gehabt, dass ich da zwei Fächer geguckt hab. Stopp Drohne eingesetzt. Hallo! Huhu! Ja. Ja. Ist angeschossen. Warum sag ich dir. Ja, ja. Hebe mir meiner Early auf. Ich deck. Hebe meine Early auf. Habe ich nicht gerechnet. Hä? Ich dachte du schießt ihn ran. Ja. Hab ich doch auch zweimal. Hörst du doch hinterher? Hörst du doch hinterher? Hörst du doch hin? Hörst du doch hin? Also ich bin. Okay und einer ist gelieft. Äh geht aus. Ja. Wie macht das jetzt? 4 gegen 3. Wenn die sag mal was. Können wir rein? Hopp. Räumen sich. Gerade auch hier vor mir. Wo wo wo? Okay. Hm hm. Ist nach hinten weggegangen. Sind sie da hinten weggerannt? In dem Raum ist noch ne Kamera oder nicht? Weg zum Dimmer. Huck. Huck. Wo? Oben. Bei dem Fahrer. Vor dem Fahrstuhl. Ich habe ihn gerade auch gesehen im Blickwinkel. Müsste zwischendrin sein Sachse. Pass auf dass er nicht oben links gleich steht. Naja deswegen. Oh. Treppe. Ihr habt ja gedeckt von hier hinten ne? Da oben war er eben. Hast gehört? Manus? Rechts läuft einer ne? Ja. Da unten kann einer kommen. Wo kann einer kommen? Da unten. Da sind noch diese, diese Metall die zu kommen. Äh. Äh. Ja. War das der, der die ganze Zeit oben war? Äh. Das war Rook. Ja. Ja. Rook habe ich getötet. Wo? Ich schieße einfach nur die Tiere. Wo? Ich schieße einfach nur die Tiere. Die muss doch in dem Raum sein. Rechts. Ja. Ja. Die lag direkt unten. Magazinwechsel. Gebt ihn noch. Das tut doch das Bein. Du machst genug Scheiße. Einmal wer. Und jeder verbleibt. Ja. Sie müsste im Raum sein. Glämomine wird platziert. Sicherheit. Ach jetzt gezackst du dahinten. Ihr habt doch nun... Da war er, glaube ich. Da links war sie, glaube ich, am Regal. Ja, 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 ja. Leg dich hin und geh rein. Ah, ne, scheiße, das ist Gläser, das ist kacke. Hebe ihn noch, ne, nicht aufheben, ich weiß nicht. Hebe ihn auf, hebe ihn auf. Aufheben wir auch nicht sein, weil er wäre rausgekommen. Ja, richtig, er hat da die ganze Zeit hingeguckt, er wollte ja raus. Hey, ich bin so unnimmensamt. Machen wir jetzt. Ah, ärgerlich. Hm. Ganz ärgerlich. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Zeitfeldverfrüstung. Dann machen wir alles richtig, oder? Will jemand in die Garage gehen? Ja. In die Garage wenden. Im Grunde. Dann geh raus. So, warte, ich muss eben meine, äh, an die Galaten nicht anbringen. Also wenn du das machst. Ah. Ah. Hier ist auf jeden Fall schon... Wer hab ich schon auf jeden Fall? Bist du auch im Raum wie? Bei 2.000? Nee, ich... Wie sagt das? Ohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ich bin jetzt in der Garage, wenn ich noch was zu machen will. Ich muss doch ne neue noch, weil jetzt hab ich das Team jetzt. Müssten wir hier noch zu machen. 5 Sekunden noch. Warte, Manus! Warte, Manus! Warte, Manus! Warte, Manus! Warte, Manus! Kommst du wieder rein? Ja. Ja, der macht. Die, 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 die... Westen, Westen, Westen... Haben wir überhaupt irgendeiner Barrikade zerstört? Äh, immer, immer! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Ich wurde gesehen und das ist nicht gut. Manu, hier wär besser. Schein, die schicken ja auch immer ne Drohne rein. Macht alle mal ernst. Ich hab ihn entdeckt, hier muss irgendwo was rumschlingeln. Unter, in der Garage sind sie. Sagst du, da kommt was? Du kannst leicht hochgehen, der hat gar nicht in deine Richtung geguckt. Warte, er kommt rückwärts runter, schieb ihn auf! Der kam rückwärts die Treppe runter, der hielt ihn uns. Komm, wir fangen hier wieder in den Raum. Wenn ihr eh da drüben sind, brauchen wir doch nicht zu. Ja. Da kommt was, Kunran genau da, Vorsicht! Oh, unter der Türdauer. Erdler. Die Tee. Einen markiert, der ist oben. Ja, da könnt ihr aufschreißen. Gerade aus, Early. Doppelschirr auf. Ja, genau. Das Blackbeard. Ihr müsst ihn flankieren. Da wird er noch. Jetzt steht ihr beide auf der Seite, Kunran. Wenn er jetzt links rüber guckt, seht ihr euch beide. Nehm ich. Angehend nicht. Ja, du musst ja nicht gucken. Lass ihn doch reinkommen. Ja. Es ist ja auf jeden Fall, wenn geradeaus was durch die Tür kommt, Early. Also wenn sich da einer anschleicht. Sehr krass. Da kommt was. Kommt was. Geradeaus, Early heißt das. Geradeaus. Ja. Ist wieder zurück. Musst du sagen, ob er geduckt oder stehen kommt. Der bringt eine Sprengladung an. Der will durch den langen Gang. Das heißt, er kann durch den Tresor laufen. Ja. Bleib, er ist drinnen, Kunran. Blackbeard ist drin, Early. Jo, beide. Das ist Blackbeard da. Du musst gleich rein. Halber Balken schon. Rein. Ist nicht mehr drin. Einer ist auch drin. Doch. Nein, Horst. Es geht zurück. Der ist hinten im Tresor. Tresor. Er kommt von da rechts. Guck mal, wo der eine liegt. Der liegt auf dem Container. La la la. Hier. La 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 la. Der eine wollte den Container mitnehmen. compromise interschießen. Ja, jetzt muss was kommen. Wir haben den 1,6 Jahren Sledge. So viel mit Hartz IV, mein Gott, so viel mit Hartz IV haben die auch noch nicht rumgehalten. So viele Operator mit Hartz IV gibt es hier gar nicht mehr. Vielleicht die Brasilianen da einen Quatsch. Das ist ein Prank, Bro. Ich habe eine Drohne und fahre hier rum. Die sind da, wo ich hier vorbeigehe. Let's play has found the objective. Der macht hier wieder den Dude vorne dran, wenn wir gewinnen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich gewinnen wir nicht. Der ist an der Tür ist ein Stausender. Und die haben die Escher. Oh, die Escher, Junge. Die Escher auf Schnitzel, meine Hand. Mit Zigeudersoße. Was für dich ein Jägerschnitzel? Oder für euch beide, Manu? Ein Jägerschnitzel ist so eine Bierschinkenwurst in Scheiben geschnitten, paniert und gebraten. Okay. Pass auf, hier im Hauptraum ist wie immer einer. Also jetzt war es wirklich in jeder Verteidigerrunde. Ja. Ist das bei euch auch ein Jägerschnitzel? Ein Jägerschnitzel ist für mich ein Schnitzel. Ein Schnitzel wäre ein Schnitzelchampion sowieso. Oh. Ja. Das kenne ich aber auch so. Aber ist ja klar. Ist das nicht ein Wiener Schnitzel? Ein Wiener Schnitzel ist einfach nur ein Schnitzel mit Zitrone. Panierte Schnitzel. Panierte Schnitzel. Ja, panierte Schnitzel mit Zitrone, ja. Aber tatsächlich habe ich das andere auch kennen gelernt. Ist nicht schlecht, finde ich. Nudeln, Tomatensauce geht ab. Ja, das mit Nudeln und Tomatensauce. Dann wird's ja erst. Dann wird's ja erst. Dann wird das zu dem richtigen Schnitzel. Dann wird's ja erst. Kannste Kartoffeln müß mit rein neun machen. Boah, Kartoffeln müß mit rein. Oh, schön in der breit gezogen ist. Und Saukraut. Haben sie versucht, ausdrücken zu schießen? Nenn, nein, nein, nein. Jetzt überleicht hier wieder. Was ist sachte hier, ne? ruhig mal jung ruhig ich hab keine ahnung wo ich hin soll langsam vorgehen wir sind ja schon drin ja ja aber noch nicht alle ich zum beispiel hab noch keinen eingang gefunden ich bin in der bibliothek und mach da wo der mittlere raum ist würde ich jetzt ein bisschen schiss also irgendwo ein jägeritem ein jägeritem da unten unten ist auf jeden fall eine bärenfalle also nicht ein fensterreisch das ist eine bärenfalle haben wir den wirklich vergessen das ist eine bärenfalle ein richtiger jägeritem naja da zeigt sich wer wir haben einen verloren das mann ist ja da reingehen naja ich bin hier hinten ist einer und hier unten aber unter dem fenster ist eine bärenfalle ja ich will ja nicht sagen hast du irgendwie granate dass wir die bärenfalle mal kurz desäbeln passere mal ist das jägeritem nachher dich ja 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 au ernsthaft ja ja wow Mist schlecht da muss ich ach der hat mich ich mann ey ne leute jetzt regelst du das ich glaube wo du hinguckst ganz hinten vor einer links eigener trupp neutralisiert m ey ney 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 was machst du denn da ein mood walker oder was das war doch der mood walker der grüchenseile ach ist das denn mit denen ja gerne ankennt dass der Affe von irgendeinem kann und nur die runde war eigentlich ganz schön ja doch eigentlich schon das ist das schlimme war eine spannende runde sollte nicht sein also lasst uns wissen was ihr davon haltet wenn es euch gewinnt hat das gleiche schon bei dann vorbei wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis alle und tschau es hat mit dem hausen